Ich wollte aber nicht. Und dann? Schön, der hat mich festgehalten. So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger nehme ich an? Bis zum nächsten Mal.